Servus Leute und herzlich willkommen zum 94. Farmvlog. Wir nähern uns jetzt langsam der Einjahresmarke. Bei 104 Vlogs bin ich genau ein Jahr dabei. Vorher habe ich auch schon Videos hochgeladen und meinen YouTube-Channel habe ich seit 2011 schon. Aber diese Farmvlogs habe ich erst im Dezember letzten Jahres angefangen. Fast ein Jahr. Das ist immer ein stetiges Auf und Ab. Mal sind es mehr Aufrufe, dann sind es weniger weniger Aufrufe. Dann ist die Wiedergabezeit besser. Jetzt ist es im Moment wieder schlechter. Komisches Auf und Ab irgendwie. Na, mal sehen. Keine Ahnung woran es liegt. Falls ihr da einen Tipp habt, was ich besser machen kann, schießt los. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche mein Bestes, dass da schön gleichbleibend ist oder besser gesagt ein schönes Wachstum. Aber das sehen wir. Jo, was ist bei mir wieder passiert? Gestern haben wir weitergemacht am KA15. Gestern kam ja der Freitagsvlog. Ich habe gestern aber nicht mit Kamera gearbeitet, sondern Offcam. Und wir haben uns der Bremse und der Hydraulik gewidmet. Ja, die Bremse, die ging ja. Die musste aber nachgestellt werden. Und auf der einen Seite, da war sie ja schon bis auf Anschlag nachgestellt. So, jetzt haben wir ja gedacht, vielleicht ist innen ein Belag gebrochen. Und dass die deswegen so weit rutscht. Das war aber nicht der Fall. Ich habe die Gäste runtergebaut. Habe dazu diese vier Schrauben hier geöffnet. Die ganze Trommel hier rausgenommen. Oder besser gesagt, die Bremsbände sitzen ja da drin. Rausgenommen. Und da haben wir sie uns angeguckt. Der hat aber nichts gefehlt. Rumprobiert, rumgedoktert. Gedacht, vielleicht müssen diese Arme da nach oben. Dass die vielleicht da oben sitzen müssen. Geht aber nicht. Da haben wir schon das Trittblechkohl da drüben. Weil wir gedacht haben, das wird mir hier zu knapp. Das glaube ich nicht. Ja, das Trittblechkohl funktioniert nicht. Also müssen unten bleiben. Wo liegt der Fehler? Wo liegt der Fehler? Ja, mein Vater hat dann gesagt, na du pass mal auf. Ich habe jetzt gerade was gesehen. Auf der einen Seite, da hast du eine größere Nut drin, bzw. eine größere halbrunde Vertiefung als auf der anderen Seite. Da passt doch was nicht. Oder ist das auf der anderen Seite genauso? Ja, was meine ich da damit? Zeige ich euch. Das Bremsgestänge geht ja von vorne nach hinten. Läuft hier rein. In diesen Arm. Der löst da die Bremse aus. Und da sitzt hinten eine Mutter drin, die ist vorne halbrund geformt. Und die greift normalerweise in diesen Arm ein. Der ist innen halbrund vertieft. Dass das Ganze schön gleitet und nicht so hakt. Weil wenn ich da nur einen Beile Schein mit Muttern hätte, das würde ja nicht gut funktionieren. Deswegen ist da so eine Kugel quasi. So. Und die waren nun auf der anderen Seite. Die Vertiefung nach vorne. Und hinten war sie relativ glatt. Und da habe ich dann zu meinem Vater gesagt, naja kann das sein, dass die den Arm einmal verkehrt rum drauf gemacht haben. Wir wissen, dass der Vorbesitzer da irgendwann einmal neue Bremsen drauf gemacht hat. Das sind noch die alten Bremsbänder. Diese richtig alten Bremsbänder. Die gehen auch gut. Und ja, auf alle Fälle bin ich da drauf gekommen. Und dann sagt er, naja es könnte höchstens sein, dass der Arm vertauscht drauf ist. Also gestern Arm runter. Arm andersrum drauf. Das Ganze wieder schön zusammengeschraubt. Und siehe da. Es hat funktioniert. Wir haben den Fehler behoben. Der Vorbesitzer hat da die Bremse zwar zusammengebaut, aber halt verkehrt. Und dann hat die nicht funktioniert. Wie gesagt, die stand ja hier auf Endanschlag. Also die Mutter, die saß ganz da vorne. Und der Arm, der war auch ganz da vorne. Und die hatte trotzdem fast keine Bremsleistung. Und so sollte es natürlich nicht sein. Jetzt funktioniert es ja wieder vorschriftsmäßig. Jetzt ist sogar noch ein wenig Spiel übrig. Jetzt kann ich sie noch ein bisschen nachstellen. Und die Bänder sind so. Also da definitiv kein Problem. Da kann ich noch eine ganze Zeit lang damit fahren, bevor ich da neue brauche. Also das Geld wäre rausgeschmissen, wenn ich jetzt da neue Bremsen aufziehe. Wir haben die Gästen eingestellt. Und ich kann euch auch mal den Pedalweg zeigen, den ich jetzt habe. So, und schon greift sie. Auch die Lenkbremse funktioniert wieder. Lenkrad einschlagen und kurz vor Endanschlag packt auch die Bremse innen. Sprich, du fährst dann wirklich einen Kreis auf der Stelle. Weil das Kurveninnere Rad dann nicht mehr abbremst. Jetzt funktioniert es wie soll. Vorschriftsmäßig, so wie das vom Hersteller vorgesehen war. Optimal. Dann waren wir ja noch drüber über die Hydraulik. Und die hat nun auch wieder eine Schwimmstellung. Und das sieht wie folgt aus. Bleibt wieder hinten. Heben. Drücken. Schwimmstellung. Ja, da muss innen bloß die Feder ein wenig nachgespannt werden. Oder besser gesagt, ein bisschen nachgeholt. Und nun passt das auch wieder. Was soll man sagen? Ich denke, ich bin soweit fertig. Dann würde ich sagen, machen wir noch einmal eine kleine Testfahrt. Noch einmal probieren. Ist natürlich blöd, weil ich die Kamera jetzt schlecht unterbringe. Aber zumindest noch einmal fahren. Gucken, wie die Bremsen sind. Eventuell muss ich noch etwas nachstellen. Das sehe ich dann. Und dann kann er eigentlich gewaschen werden. Und dann kann es mal ans Lackieren gehen. Schauen wir mal. Gut, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Probefahrt. Und man sieht sich gleich wieder. Dann geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 blöden Nippel wollte ich jetzt auch nicht, dann mache ich es so, die Schmiernippel tun es auch, die funktionieren auch und dann ist die Sache gut. Das war es für Samstag, ich gehe jetzt noch was essen und dann geht es schon wieder auf die Arbeit. So Leute und damit sind wir jetzt am Ende vom Video ja eigentlich schon wieder angekommen, bei mir ist schon wieder Montag. Hm, was habe ich heute gemacht? Nun, ich habe heute den Ka15 gründlich gewaschen, alles schön sauber gemacht, heiß abgedampft, mit Kaltreiniger gereinigt, wird er abgedampft und anschließend hier runter in die Halle zum Grundieren und Lackieren gestellt. Dann habe ich angefangen die Teile runterzubauen. Ja und einmal kommt mein Vater heim und dann sagt er, schau mal da unten drunter ist eine Lache, was ist denn das? Sag ich, das ist bestimmt bloß Wasser, was halt vom Wascher runtergetropft ist. Greift runter, Öl. Ja, hm, wo kommt es her? Gesucht, 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 gesucht. Also die Baustelle nimmt irgendwie kein Ende. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, jetzt geht es dann nochmal ans Lackieren. Nö, wir haben uns jetzt umentschieden, wir wollen jetzt doch nicht lackieren. Wir wollen jetzt auch mal noch Getriebegehäuse richten, weil da ist wahrscheinlich 1956 wieder gebaut worden, ist ein Gussfehler gewesen. Ja, da haben wir ein Gusskit drauf und hier an dieser Stelle jetzt gleich an alle, die eventuell einmal an einen Nadelentroster denken. Also das Ding ist gut, aber mein Vater hat schon gesagt, früher, wenn da da irgendwo einmal ein Gussfehler drinnen war, sind die Getriebegehäuse nicht ausgesondert worden oder die Motorenteile, Kupplungsglocken und das, sondern da ist oft einmal ein Gusskit draufgekommen und so wahrscheinlich auch bei diesem Schlepper. Ja, und ich habe alles schön mit Nadelentroster behandelt und dabei habe ich wahrscheinlich diesen Gusskit mit rausgehämmert, weil der platzt bei solcher Belastung dann natürlich mit ab. Ach ja, auf alle Fälle, da wo man es jetzt hier so ein bisschen feucht sieht, so ein bisschen ölig, diesen Punkt da, der genau in der Mitte, da ist ein Gussfehler drin. Ich gehe mal mit der Kamera ein wenig weg, ich weiß nicht, ob die das einfängt. Man sieht es da so ein bisschen Spiegel. Ja, auf alle Fälle hat der da einen Gussschaden, einen Haar ist bis durch und da kommt das Öl. Ja, und deswegen ist er jetzt hier aufgebockt. Der steht jetzt quasi in absoluter Schrecklage. So sieht das Ganze aus. Ja, optimal ist das natürlich nicht. Man denkt ja auch, man wäre irgendwann einmal fertig. Drüben in der anderen Halle ist es nicht aufgefallen, weil wie es da getropft hat, ist es runter in die Grube. Das hast du nicht gleich gesehen. Aber hier drüben natürlich, auf die Holzbrette, gleich ein Lache drauf gewesen. Uh, was ist das? Ja, da haben wir es gewusst. Ach, leg mich doch. Entschuldigung. Ich mag nicht mehr. Es ist echt zum Kotzen. Also, an dem Ding ist wirklich jedes Drum zum Durchreparieren. Es ist nichts, was einfach funktionieren geht. Uff, naja. Vater hat jetzt gesagt, jetzt soll ich nochmal so aufpacken, dass die Seiten dann quasi ölfrei sind. Da muss ich jetzt natürlich ein paar Mal noch mit Bremsen reinigen. Da muss ich jetzt auf alle Fälle mal gucken, dass das schon ölfrei wird. Er bringt von der Arbeit dann drinnen so ein Gusskit quasi mit. So ein Flüssigmetall könnte man auch sagen. Ähm, da damit machen die drinnen ganze kühle Motorblöcke und das wird professionell da damit bearbeitet. Da bringt er jetzt was mit. Ich soll es dann einmal mit der Schwabelscheibe noch ein bisschen behandeln, wenn es schön ölfrei ist. Und dann kommt es drauf. Muss härten. Und dann sollte der normalerweise wieder tipptopp dicht sein. Ja, ich hoffe es. Uff, man ist jedenfalls am Verzweifeln. Aber er hat gesagt, das ist eigentlich, ja, 1956 auch schon ein bisschen gepfuscht worden. Normalerweise, also in der heutigen Zeit würde wahrscheinlich so ein Gehäuse aussortiert werden. Wenn das irgendwo einen Schaden hat, gut, bei den heutigen Fahrzeugen, mit den heutigen Belastungen sieht das anders aus. Früher ist das regelmäßig gemacht worden. Dann, wenn da ein Gussfehler drin war, hat man das Getriebe, oder das Gehäuse halt lang nicht ausgesondert. Sondern dann hat man das auch ein bisschen angeschliffen. Gusskirr drüber, das ist auch ein Flüssigmetall. Und das Ding ist wieder bombenfest zu. Ja, hat ja an der Stelle auch nicht getropft gehabt, der Schlepper. Hm, ja, nachdem ich nicht so schön errostet hatte und alles. Und jetzt nach dem Waschen natürlich, hat es wahrscheinlich den Rest gar mit rausgefleid. Jetzt hat es natürlich dann richtig schön gesifft. So richtig fleißig runtergelaufen. Aber gut. Ich müsste ja eigentlich mittlerweile gewöhnt sein. Na ja, auf jeden Fall. So viel der aktuelle Stand. Da schauen wir mal, wenn ihr das Zeug mitbringt, dass wir es dicht kriegen. Dann kann er wieder hochgepockt werden auf der anderen Seite. Und dann kommt er auf vier Böck. Und dann kann er endlich, endlich lackiert werden. Also mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn die Baustelle endlich ein End hat. Und irgendwo ist mir dann doch so genervt, da hat man dann keine Lust mehr. Da denkt man, jetzt ist man gleich fertig. Dann kommt der nächste Rückschlag. Dann denkt man, wird man gleich fertig. Dann kommt der nächste Rückschlag. Im Moment passt sowieso alles zusammen. Gestern habe ich einen Adventskranz gebunden. Und habe für Instagram ein paar Bilder gemacht mit dem Handy. Ja, und gerade wie ich sie hochladen wollte. Bumm, Handy dunkel geworden. Ups, was ist jetzt los? Ja, hat sich nicht mehr starten lassen. Ich dachte, vielleicht der Akku leer. Ankriegt. Hm, der Akku war es nicht. Bisschen recherchiert. Dann ist er immer nur noch hochgefahren. Hat quasi ein Stadtdisplay gezeigt. Oder besser gesagt, da hat er dieses, ja, den Herstellertyp. Und hat dann gleich wieder ausgeschaltet. Und das Ganze halt so in einer Dauerschleife. Jo, nachrecherchiert. Mainboard vom Handy kaputt. Tja, neues Mainboard kostet 50 Euro. Handy ist mittlerweile sechs Jahre alt. Ist nicht mehr das Neueste. Na gut. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich aktuell ein altes von meiner Mutter. Ist quasi das baugleiche Modell. Das war noch übrig. Das hat aber den Fehler, das wird immer mal ein bisschen warm. Auch nicht so optimal. Jetzt muss ich gucken, dass ich ein neues Handy finde. Hier die Baustelle nimmt irgendwie kein Ende. Also ich sage, im Moment, das passt einfach zusammen. Ich bin am Verzweifeln. Leute, ich bin am Verzweifeln. Naja gut. Jetzt wisst ihr auf alle Fälle Bescheid. Es ist so das aktuelle Thema. Ja. Ich sage, immer das Übliche. Immer irgendwas zu machen. Immer irgendwas kaputt. Es nimmt einfach kein Ende. Jetzt gerade eben hier oben sitze ich am Computer. Jetzt hat sich mein Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon auch verabschiedet. Klar. Ich sage, also momentan ist der Wurm drin. Tja. Warum soll es mir anders gehen wie anderen? Egal. Jo. Für alle, die den Adventskranz, beziehungsweise diesen Türkranz, den ich gebunden habe, sehen wollen, guckt ihr mal auf Instagram bei mir vorbei. In meiner Kanalinfo oben im Titelbild findet ihr einen Link dazu. Kommt ihr hin. Falls da mal jemand Interesse dran hat, wie man sowas macht, kann ich gerne mal in einem Video mit zeigen. Ich habe das komplett selber gebunden aus Weinreben und halt ein paar Ästen vom Ahornbaum. Also wen sowas mal interessiert, kann ich gerne auch mal mit zeigen. Und jetzt würde ich erst einmal sagen, das war es dann für dieses Video. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und habe mich gefreut, dass wieder so viele Mann eingeschaltet haben. Oder auch nicht. Das wird sich ja jetzt zeigen. Schreibt wie gesagt unten in die Kommentare rein. Ob was zu verbessern wäre. Zum letzten Video, da hat das Videoformat nicht gepasst. Ich habe den Fehler schon gefunden. Da hat die Kamera sich irgendwie aufgehängt und hat sich auch mal eben verändert. Ist halt auch nicht mehr die neueste. Ach, was soll's. Ich sage ja, weil es lustig ist. Nun gut, in diesem Sinne. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag um 16 Uhr wieder. Und bis dahin. Servus.